Herzlich willkommen in der Workstation. Mein Name ist Frank Heister. Ich würde mich nachher noch ausführlicher vorstellen. Ich finde es erstmal super, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ich möchte dir jetzt acht Schritte in ein neues, vielleicht sogar in ein besseres Leben präsentieren. Warum jetzt das Ganze als Video? Als erstes soll es dir mal einen kleinen Einblick geben in das, was wir so tun, in das, was ein Einlader tut, in das, wofür wir dich heute eingeladen haben. Und ich bin ganz sicher, dass es auch in deinem Leben ein, zwei Dinge gibt, die dich stören oder ein, zwei Dinge, die besser laufen könnten. Vielleicht brauchst du mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität. Nur wenn es die meisten Menschen, die ich da draußen treffe, sagen immer, sie brauchen alles. Sie haben von allem einfach zu wenig. Das heißt, Menschen haben entweder zu wenig Zeit, weil sie zu viel arbeiten, kommen Zeit für Familie, für Hobbys, als Paar, für die Kinder. Oder ganz oft sagen sie aber auch, ich habe viel zu wenig Geld. Die Kombination aus beidem ist eines der Gründe, warum du hier wirklich aufmerksam zuhören solltest. Mein Tipp ist, schreib sogar alles mit, was wir hier machen. Das Gute an dieser Branche ist, das wirst du heute noch erfahren, du kannst hier arbeiten, von wo du willst, wann du willst, aber vor allen Dingen mit wem du willst. Und es gibt viele Menschen, die wollen da draußen Homeoffice machen. Die wollen von zu Hause aus arbeiten und dabei viel mehr verdienen, als sie heute tun. Ich selbst kann dir ein Liedschirm von singen. Ich war selber Lkw-Fahrer und habe weder Schulabschluss noch Berufsausbildung und habe es geschafft zum Einkommens-Multimillionär. Ist das für jeden erreichbar? Grundsätzlich schon. Aber das wäre ein Märchen, das will ich dir nicht erzählen. Ich möchte dir sagen, was wäre denn, wenn du einfach 500 bis 1000 Euro mehr im Monat hättest? Was wäre, wenn du vielleicht 2, 3 oder 4.000 Euro mehr hättest? Aber nochmal auf Anfang. Ich zeige dir jetzt erstmal, was ich aus meinem alten Leben gemacht habe, was vielleicht auch für dich möglich ist. Frank Heister wird von der Fachpresse als Vollblutunternehmer bezeichnet und ist Deutschlands Markenaufbau-Experte Nummer 1 im Bereich Network Marketing. Er ist für viele Unternehmer ein großes Vorbild, denn er selbst hat über 50.000 Kunden und Partner aufgebaut und war in seiner aktiven Network Marketing Karriere in zwei Firmen weltweit die Nummer 1. Er ist Autor von unzähligen Büchern und hat eine eigene Radiosendung. Er ist bekannt aus dem Direct Selling Magazine und aus Anzeigen im Fokus der Welt, dem Handelsblatt, NTV und dem Stern. Das Harbour Magazin titelte Frank Heister, gehört zu den wenigen Personen, deren Namen man sich unbedingt merken sollte. Er arbeitet in seinen Workshops und Coachings regelmäßig mit Weltstars zusammen. Joey Kelly ist überwältigt von Franks Tools und liebt die Zusammenarbeit mit dem Erfolgscoach. Torwart-Legende Oliver Kahn sagt über ihn, Frank ist der motivierteste Mensch, den ich kenne. Seine schonungslose Ehrlichkeit, sein einzigartiger Humor und sein großes Herz zeichnen ihn aus. Er hat es geschafft, vom Lkw-Fahrer ohne Schulabschluss zum Selfmade-Multimillionär und ist dabei selbst völlig auf dem Boden geblieben. Seine Devise lautet, egal wie erfolgreich du bist, vergiss niemals, wo du herkommst. Das ist genau das, warum ihn seine Fans so lieben. Aber nicht nur das. Er lässt seine Freunde, Fans und Kunden sogar in sein Wohnzimmer. Ja, was ist Empfehlungsmarketing? Ich möchte dir das anhand von dem Beispiel McDonald's erklären. McDonald's hat mit uns gar nichts zu tun, aber ich finde es viel einfacher, das gleich mal nachvollziehen zu können. Schau mal, wenn ich die meisten Menschen frage, womit verdient denn McDonald's sein Geld? Sagen fast alle Burger, Getränke, vielleicht auch Pommes. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist eben auch komplett nicht richtig. Warum? McDonald's ist ein Franchise-System. Das heißt, ein Franchise-Partner startet in der Regel mit einer Filiale, die er von McDonald's gestellt bekommt. Das heißt, McDonald's geht her, kauft den Grund und Boden, setzt dort ein Gebäude drauf, holt jetzt einen Franchise-Nehmer dazu. Das heißt, McDonald's verkauft eine Lizenz. Derjenige, die diesen McDonald's-Standort eröffnet, zahlt dafür an McDonald's. Und zwar bei jeder einzelnen Pommes, die verkauft wird. Bei jedem Burger, bei jedem Getränk. Er ist komplett gebunden und hat sich dort an die Verträge zu halten. Fast so ähnlich ist es bei uns im Empfehlungsmarketing. Und jetzt pass auf, was glaubst du, was kostet so ein McDonald's-Restaurant? Je nach Standort zwischen einer halben Million, einer Million und maximal sogar zwei Millionen. McDonald's verkauft die Standorte an Franchise-Nehmer. Heute ist es gar nicht mehr möglich, selbst einen McDonald's zu kaufen. Du musst schon in einer der Familien reingeboren sein, die inzwischen schon einen McDonald's-Standort haben. Aber was ist jetzt, wenn du als Franchise-Nehmer von McDonald's einen zweiten Standort eröffnen möchtest? Du zahlst wieder komplett alles und führst alles ab. Das ist komplett anders im Empfehlungsmarketing. Heißt, hier hast du einmal deine Filiale, hier hast du einmal deine Lizenz. Und jetzt ist es so, wenn du wächst oder zum Beispiel wenn du global gehst mit deinem Geschäft und baust weitere Filialen auf, zahlst du dafür nichts mehr. Machen diese Filialen Kontakte von dir, Kontakte aus unserem Netzwerk, Kontakte, die du online-mäßig generiert hast, keinen Umsatz, musst du nichts dafür bezahlen. Machen sie Umsatz, partizipierst du daran. Das heißt, du wirst dann auch bezahlt. Ist McDonald's deshalb jetzt ein schlechteres Geschäft? Nein, aber die Frage ist, wenn du heute hier bist, hast du ein oder zwei Millionen, um das zu eröffnen. Und das ist genau der Unterschied. Bei uns geht es wirklich mit kleinem Budget. Das heißt, das ist das Geschäft von dem kleinen Mann, von der kleinen Frau, die wirklich mehr im Leben erreichen möchte. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, welche Produkte haben wir denn? Also haben wir auch Burger, Getränke und Pommes? Nein, wir machen Online-Empfehlungsmarketing. Was bedeutet das? Wir haben Produkte der finanziellen Intelligenz. Ganz kurz gefasst und damit ich nicht zu sehr ins Detail gehe, geht es hier um finanzielle Bildung. Das heißt, wir haben Kurse, wir haben Workshops, wir haben Prüfungen, wir haben Zertifikate zum Thema Geld. Ganz ehrlich, ich habe in dieser Branche damals schon Kosmetik gemacht, Nahrungsergänzung gemacht und viele andere Dinge, die man so im alltäglichen Leben hat oder braucht. Aber das, was ich festgestellt habe, was die meisten Menschen da draußen wirklich interessiert, ist Geld. Die meisten Beziehungen scheitern wegen Geld. Der Streit mit Kindern wegen Geld. Mama, kann ich das, das geht diesen Monat nicht. Und diese Dinge hatte ich wirklich satt und natürlich auch dein Einlader. Wir haben zusätzlich auch eine KI, die dir hilft zu traden. Und natürlich kannst du auch traden lernen. Das heißt, die Produkte drehen sich alle um finanzielles Wissen, um finanzielle Bildung und dann deine finanzielle Intelligenz. Was wäre dein Job? Wir reden immer vom BBS-Kreis. Benutze die Produkte, bilde dich weiter und sprich mit Menschen. Was bedeutet das? Du musst natürlich selbst ein begeisterter Produktanwender werden. Die Frage ist ja, hast du ein Zwiebelportmonet, also eins, wenn du es aufmachst, wo du anzuheulen fängst? Das war bei mir jedenfalls immer so. Und jetzt ist es so, wenn du dich selbst weiterbildest in dem Thema Finanzen, in dem Thema mit Geld umgehen. Wir haben zum Beispiel einen Kurs, der heißt raus aus den Schulden. Und selbst wenn man in Europa in der Insolvenz ist, hat man hier die Chance, legal, vernünftig und seriös rauszukommen aus der Insolvenz. Und zwar in viel kürzerer Zeit, als es das Insolvenzverfahren macht. Dann haben wir Produkte, wo man Dinge lernt über Trading, Forex, überhaupt Geldanlagen, Immobilien und was da alles dabei ist. Also komplett paketet. Bilde dich weiter bedeutet, dass du immer und immer und immer wieder besser werden willst. Das heißt, immer wenn du besser wirst, dann kannst du natürlich auch mehr darüber sprechen, über die Produkte und über dieses Business. Und das Letzte ist, sprich mit Menschen. Das heißt, am Anfang wirst du mit Menschen vielleicht sprechen und brauchst Taschentücher, weil die sagen, ich habe nichts verstanden, ich möchte da auch nicht dabei sein. Ich habe sogar Angst davor, kann alles passieren. Aber je weiter du das machst, je länger du das machst, je intensiver du das machst, je mehr kommt dieser Kreis richtig in Fahrt und du wirst so extrem erfolgreich. Mehr ist das gar nicht. Benutze selbst die Produkte, bilde dich weiter und sprich mit Menschen. Jetzt fragst du dich an dieser Stelle wahrscheinlich aber, wie wir genau mit Menschen sprechen. Das geht online und auch offline. Nein, hauptsächlich arbeiten wir natürlich online. Gerade seit Corona ist es total angenehm, von zu Hause aus zu arbeiten, im Schlafanzug noch im Bett zu liegen und dort zu sagen, ich starte hier und heute mein Business. Online arbeiten wir hauptsächlich mit Social Media. Das heißt, wenn du das noch gar nicht kennst und noch gar nichts kannst, dann ist das vollkommen egal, weil wir haben genau dafür Strategien, worauf ich gleich noch eingehe. Ja, offline ist es zum Beispiel so, du kannst Menschen natürlich ansprechen, aber das wird sehr, sehr schwierig. Vielleicht steckt eine Hemmschwelle in dir. Das ist egal, ob es dein Freundeskreis, dein Bekanntenkreis ist oder ob es kalte Leute auf der Straße sind, im Restaurant, beim Einkaufen, was auch immer. Ich zum Beispiel trage, ist keine Pflicht, aber ich zum Beispiel trage dieses Shirt. Geld wie nie, frag mich wie. So und ich werde immer darauf angesprochen und dann sage ich ganz einfach, scann mal hier diesen Code. Und dann gebe ich diesen QR-Code an einen mit seinem Handy weiter. Hier kommt direkt eine WhatsApp-Nachricht, direkt bei mir in den Chat. Das heißt, der Mensch, mit dem ich gerade spreche, ist es ein Bekannter, ist es jemand, den ich überhaupt noch nicht kannte und den ich gerade eben im Restaurant getroffen habe. Und er scannt den, habe ich sofort seine Telefonnummer und schicke ihm die ersten Infos zu. Schicke ihm die Einladung zu. Vielleicht zu diesem Call hier, wo du ja jetzt gerade auch drin bist. Das heißt, es gibt sowohl Online-Tools als auch Offline-Tools. Und du entscheidest und selbst wenn du sagst, ich habe bis jetzt noch nie sowas gemacht. Denk nochmal daran, ich war Lkw-Fahrer, ich habe keinen Schulabschluss, ich habe keine Berufsausbildung. Es dauert eine Zeit, bis du wirklich verstanden hast, dass du heute hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und da musst du in deinem Einlader eigentlich richtig fett Danke sagen. So, und jetzt kommt, wie wir mit dir arbeiten, damit du nicht alleingelassen wirst. Und zwar direkt von der ersten Minute an. Als erstes kriegst du eine saubere Einarbeitung. Das heißt, nach deinem Start erzählen wir dir genau, was in den ersten vier Wochen zu tun ist. Und mehr ist es im Prinzip auch nicht. Das, was du in den ersten vier Wochen machst, bringst du dann anderen Menschen aus deinem Team bei. Wir haben dazu eine Workstation, das heißt einen Arbeitsplatz online, wo wir jeden Tag von 12 Uhr mittags bis in die Nacht hinein mit dir arbeiten. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie soll ich das machen, bis in die Nacht hinein? Naja, ganz einfach. Alles kann, nichts muss. Das heißt, du kannst zu jeder Zeit reinkommen und sagen, jetzt habe ich gerade mal eine Stunde Zeit, um mit euch zu arbeiten. Und dann sitzt dort immer ein qualifizierter Frank-Heißler-Lizenztrainer oder ein Partner unserer Firma, der dich an die Hand nimmt. Und völlig egal, ob du komplett blutiger Anfänger bist oder ob du schon fortgeschritten oder sogar Profi bist. Spielt absolut keine Rolle. Wenn du sagst, ich komme um 12 Uhr rein und gehe früher, kein Problem. Wenn du sagst, ich komme später und habe nur so und so viel Zeit, überhaupt kein Problem. Das ganze Ding passt sich deinem jetzigen Leben an, damit du dann ein besseres in Zukunft hast. Was haben wir noch? Viele verschiedene Calls, wo du zum Beispiel Gäste einladen kannst. Das hier ist einer davon. Das heißt, das wäre auch dein System, wo du andere Menschen begeistern kannst. Dieses Video macht die Arbeit und gleich im Anschluss beantwortet jemand deinen Gästen und gleich auch dir deine Fragen. Und wir haben Offline-Events. Das heißt, regelmäßig treffen wir uns, haben einen bestimmten Ort, haben eine Event-Location und helfen dort auch Menschen, wirklich tiefer in die Materie einzubringen, dieses Business viel besser verstehen zu können. Und das sucht seinesgleichen. Wenn du auf ein Offline-Event kommst, dann verstehst du sofort, was hier los ist und siehst Menschen auf der Bühne, die früher zum Beispiel Putzfrau waren, Hausfrauen waren, vielleicht einfach alleinerziehende Mütter, aber auch Banker, Polizisten, Anwälte, Ärzte, was wir alles dabei haben im Team, ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt bald auch dich. An der Stelle will ich dir erzählen, wie du starten kannst. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine kleine Möglichkeit für kleines Business, eine mittlere für mittleres Business und eine große für großes Business. Macht es Sinn, mit diesem großen, mit diesem Elite-Paket zu starten? Naja, Fakt ist eins. Besser klein starten, als lange warten. Das heißt, wenn du heute vor der Entscheidung stehst und sagst, ich habe noch überhaupt nichts verstanden, ich möchte erst mal probieren, ist es besser, sich heute einen Platz zu sichern in diesem Business und zu sagen, ich fange jetzt erst mal an. Und dann kannst du nach ein paar Tagen, Wochen und Monaten immer noch upgraden, wenn du die Kraft hinter diesem Konzept wirklich verstanden hast. An dieser Stelle hast du bestimmt ganz viele Fragezeichen im Kopf und würdest deine Fragen vielleicht jetzt super gerne loswerden. Und das machen wir jetzt gleich auch. Dieses Video sollte einfach mal ein paar kleine Einblicke und Impulse liefern. Das heißt, das Einzige, was du jetzt brauchst, ist Vertrauen zu deinem Einladen, also zu dem Menschen, der dich eingeladen hat. Selbst wenn du ihn heute vielleicht erst auf Social Media kennengelernt hast. Aber vielleicht besteht ja da schon eine Chemie. So, und jetzt kannst du gleich deine Fragen direkt an einen Experten stellen. Vielleicht sogar an mich, weil manchmal bin ich selbst live nach diesem Video in der Workstation. Die Frage ist ja, wenn du zum Beispiel einen Strauß Blumen kaufen willst, wirst du wahrscheinlich auch nicht zum Metzger gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du gleich nicht sagst, ich kläre das schon mit meinem Einlader. Wie du eben gelernt hast, ist dein Einlader vielleicht selbst erst seit gestern, vorgestern oder einer Woche dabei. Übrigens, es geht nicht darum, ob du es kannst, sondern ob du es willst. Was willst? Willst du ein besseres Leben haben? Möchtest du mehr rausholen aus deinem Leben? Möchtest du mehr Zeit, Geld und Lebensqualität? Dann kriegen wir alles hin. Also die Frage ist immer, walk. Willst du nicht oder kannst du nicht? Wenn du nicht kannst, dafür gibt es Strategien. Wenn du nicht willst, dann können wir dir natürlich auch nicht helfen. Aber vielleicht ist es ja wirklich an der Zeit, etwas in deinem Leben zu verändern. Weißt du, die Menschen werden im Durchschnitt 75 Jahre. Weißt du, was das bedeutet? 75 Jahre, kannst du dir ausrechnen, sind 27.000 Tage. Mehr nicht. Es sind 3.900 Wochen. 3.900 Wochen. Und vielleicht ist gerade wieder eine bei dir um. Und es sind insgesamt nur 900 Monate. Stell dir vor, du bist heute 25 und sind 300 Monate schon weg. Ein Drittel. Stell dir vor, du bist 45, so wie ich, dann ist die Hälfte vom Leben schon lange um. Und stell dir vor, du bist 50. Über 50 hast du nur noch vierstellige Tage zu leben. Soll dir das Angst machen? Ja, soll es. Weil wir sind hier, um dich zu wecken. Wir sind hier, um dir eine echte Chance zu geben. Nochmal, ich bin Lkw-Fahrer und ich habe es wirklich geschafft, ganz nach oben. Aber nicht nur ich. Ich zeige dir mal ein paar Menschen, die es wirklich geschafft haben, in dieser Industrie ganz nach oben zu kommen. Mein Name ist Alexandra Heimann und ich habe in den ersten vier Wochen mit Franks Hilfe 15.459,90 Euro verdient. Mein Name ist Chris Hochmann und ich habe dank Frank Heiße seiner jahrelangen Erfahrung und seinen Tipps und Tricks schon bereits nach den ersten vier Wochen nach Unternehmensstart über 10.000 Euro mit Jobmarketing verdient. Mein Name ist Marc Reuter und ich habe mit Franks Hilfe und der FWO im ersten Monat bei Elixo knapp 10.000 Euro verdient. Mein Name ist Sabine Kops und ich habe im ersten Monat durch Frank Heisters Hilfe 8.960 Euro verdient. Mein Name ist Erika Janssen-Dück und ich habe mit Hilfe von Frank Heister in der FWO mit Elixo in den ersten vier Wochen 6.568 Euro verdient. Hier ist die Jörg aus England, der erste Monat mit Frank Heister 4.373 Euro läuft. Mein Name ist Volker Frank und ich habe in den ersten vier Wochen mit Frank Heisters Hilfe 4.135 Euro verdient. Mein Name ist Martin Heinze und ich habe mit Franks Hilfe in den ersten vier Wochen 3.917 Euro verdient. Mein Name ist Silja Sirin und ich habe dank Frank Heister in den ersten vier Wochen 3.698 Euro verdient. Ich bin Marcel Fichtner hier und dank Frank Heister habe ich in der ersten Woche 1.923 Euro verdient. Und ich zeige dir vor allen Dingen auch Menschen, die jetzt mit uns im Call sind, vielleicht sogar dein Einlader, der ein paar hundert oder ein paar tausend Euro einfach mehr im Monat oder Jahr hat. Wäre das für dich interessant? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Entweder jetzt direkt nach diesem Video oder ganz bald in einem Call oder unserer Convention. In diesem Sinne, eine gute Entscheidung und bis bald, dein Frank Heister. In diesem Sinne, eine gute Entscheidung und bis bald.